Ja, hey, willkommen. Mein Name ist der New World LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir diese komische kleine Höhle hier abgeschlossen, wo ganz viel Amahagane drin war. Und jetzt sind wir hier mitten im Zweikampf zwischen Yoshitsun und seinem Bruder Yoritomo. So müsste er, glaube ich, heißen. Ich habe das hier irgendwo nachgeguckt, weil, weiß ich nicht, konnte man ja hier Yoritomo. So heißt der noch, ne? Blöd ist, wir haben nur einen Kack da jetzt. Aber gut ist, ich kann jetzt solche Sachen einsetzen, die irgendwie eher die Werte erhöhen. Weil, ja, ich werde wohl nicht wechseln können. Deswegen ist es nicht so schlimm, dass ich hier mal hier so was zum Beispiel einsetzen kann. Brünes Wappen oder so. Ja, oder so was. Machen wir mal das hier. Kann ich noch mehrere einsetzen? Werd ich, lass mal machen. So, au, geil. Und hier ist Amahagane. Zwei Stück. Wart. Ich sollte das vielleicht mal ausnutzen, dass ich den Effekt hier jetzt gerade habe. Wer macht das schon fertig? So, da wäre es noch ein bisschen Schaden haben. Rheiner Mensch, den Effekt habe ich. Da wird es nicht aufgehört. Ich habe doch zwei bekommen, okay. Da ist zur Not, wenn es hier knapp wird und ich noch eins finde, mein Effekt jetzt kann ich, jetzt kann ich nach Gegenständen suchen. Aber ich würde gerne noch ein Amahagane ist, wenn es irgendwo finden. Kameras, natürlich bin ich noch nicht auf meiner Seite. Ich war noch einer Amahagane ist, wenn es geht. Dann kann ich mich noch mal graz mehr oder weniger heilen. Aber zwei sogar noch geil. Ich überschütte mich hier, so viel verdiene ich doch nicht. Und er setzt gerade seinen Dingens ein, habe ich gesehen. Ich habe jetzt gerade recht, ich habe gesehen, den seinen Kamui-Anzeigen ist voll. Und ja, die ist leer geworden, deswegen. X. Ich weiß nicht, ob man sich hier noch umgucken kann, irgendwann. Deswegen Quatsch, da ist hier irgendwo noch eins, was steckt. Ich glaube, wir haben ja alles, ne? Oder eine Mitte, war ich da in der Mitte schon umschlagen? Nein, du sagst, der Kampf geht gleich weiter. Brüderchen. So, hier ist auch ein guter Platz zum Kämpfen, oder? Komm mal. Komm mal. Komm mal, komm mal her. Ich fang von diesem Kampf hier aus nicht mehr an. Warum hat der mich auf einmal so viel, warum hat der mir auf einmal so viel wehgetan? Boah, jetzt muss ich schon wieder die ganze Arme, Arme sammeln. Nein, ich fang von der letzten Schweigen, bitte von da. Sonst muss ich die ganzen Arme, Arme wieder sammeln. Und darauf habe ich keine Lust. Ach, sehr gut. Boah, ich wäre so angepisst gewesen, ne? Ja, ich weiß, das hast du vorhin auch gemacht. So, ich muss erst mal wieder die ganzen, wenn es geht. Aber jetzt auf, wir sind auch zwei. So, ich war noch ein paar, dann. Noch mehr, okay. Äh, HP. Ich bin schon wieder fast tot. Da habe ich jetzt ja alles. Nein, warte. Ich bin ja immer noch was. Oder in Ah. Nein, du, Pizzer hat mich da geschliffen. Er tut so weh, der Typ. Also, was, der steht schon wieder da. Am Anfang. Ja, ja. Genug von diesen Düngern, die ja noch. So, wo ich jetzt der letzte Teil. Soll ich verarschen? Wo ist denn? Boah. Damit. Wo der letzte Teil, Mann. Ich habe nur mit Schildsucker erreicht. Ich glaube, ich kann mich jetzt gleich noch mal umschauen. Scheiß drauf. Wobei, bei diesen Dingern ist es hier das Zeug. So, äh, okay. Oh, nee. Oh, nee. Okay, xx-kreis. X. X. Wie auch immer ich da ausgibig bin. Kommt, der Bruder. Watch. Ja, keine Kampf. Etwa losgehen, würde ich sagen. So. War's doch jetzt, oder? Nein, ich auch. Nein, ich da. Geht bloß weg. Wir können ja nicht kämpfen. Hier ist sehr blöd. So, ich habe nach 5. Okay, jetzt gehe ich nochmal nach unten in den Drucker. Ich lacht. Irgendwie Krieger. Ich habe keine Ahnung, wo der Teil ist. So, soll ich meine HP nochmal erhöhen? Lass mal erst mal. So, dann. Kann man jetzt anfangen zu kämpfen. Ernsthaft. Ja. Schon wieder. Ich nehme mal das hier. Nicht so andere Sachen, die jetzt nicht so... So, komm her. Oh. Ich habe blocken, nix bringt. So, komm her. Mal drei Angriff. Kann ich auch hier. Jetzt schmeiß ich darunter. Okay, da ist eine Wand für den. Ich block doch. Ah. Und es ist eigentlich der Blockenknopf da, wenn der irgendwie nix bringt. Die meiste Zeit. Wenn wir noch hier. Oh, komm, okay. X. Da konnte ich jetzt gleich wehtun. Jetzt sage ich dir. Ich will ja mal eine Zeit geht davon auflöten. Wutig. So, jetzt. Liegst du auch bestimmt irgendwo am Wohnen, oder? BAMS! Ich hätte von jenen Angriff weggeballert werden. Alter! Ich glaube, ich bin eine Spinne. Komm mal irgendwo hin, wo ich dich auch sehen kann. Wenn ich mit angevisierten... Ich... Pfff! Ha, 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 ha! Aua! Mann! Das ist schwer. Die ganze Zeit hier meine Items einsetzen. Nicht gut. Ich werde durch jeden Angriff hier weggepustet. Nein, 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 das bringt mich um. Das war doch nicht mal kurz weg! Ich meine, die Welle zieht nicht so viel ab. Dann jagt ich mal mein Kamui auf dich los. Ja, komm, 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 schon. Ich drücke ein Blöder, also. Nein, warum geht denn da unten? Aha. Hm. Ich hoffe, ich bekomme nicht noch so ein Ding in mir, was meine Maximalkapier erhöht. Für alle Charakter. Nein, das ist doch nicht. Über die andere Waffe. Verdammt! Hey, eins ist die Blockenattacke, er weiß nur, ich weiß nicht, wie sie an... Äh, ja, anvisiert eine Attacke, ja. Das ist schon. Ja, bringt auch nicht so viel, ich sag, ich fühle. Mit darunter. So, vielleicht kommt er wieder mit seinem Kamui. So. BAMS! Komm her, was haben wir so, was du jetzt einsetzt? X. X. Und dann Kreis. BAMS! So, guck mal, er ist schon wieder aufgestanden. Nein, nein, boah, ich kann schon wieder den ganzen Scheiß einsammeln. Ah, Dreck. So, jetzt versuche ich aber erst mal. Irgendwo das am Alganer zusammen, was ich irgendwie nicht erreichen kann. Mann, ich muss mich ja noch unbedingt erledigen, ne? Ich hab keinen Bock hier, jetzt für jeden Kratzer ja immerhin ins Menü reinzugehen. So, ich hab da jetzt irgendwas gesammelt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das war, was ich einsammeln sollte. Oh, es ist irgendwas, glaube ich. Ja. So, was sagt jetzt von den Dingern hier? Ja, wirklich, ich frage mich nochmal. Mann, der ist schwer. Au, ich hab's vergessen. Alter. Nein! Und Dreck, ey! Ey, das ist so scheiße, dass ich von jedem Angriff hier gestunnt werde. Also, ich mach fünf Sekunden gegen der Kampf hier. Leck mich. Oh. Natürlich will ich die ganzen Dinge einsammeln, ne? Ja, super. Ich mach mal so auf den Nerv, mir. Ja. Alter. Ich treff das Ding doch, Mann. Mann. Kotzt mich hier an, der Kampf. So, jetzt sofort ausweichen. So. Pisser. Mann. Der war voll gestand, egal. So, lass mich erstmal den ganzen Müll hier einsammeln wieder. Ah, tschüss. Pfff. Okay. Hier. Wow. Wow. So, das kann man kämpfen. Okay, ich darf ihn nicht angreifen, wer der blockt. Er kommt halt immer mit seinem Konterangriff und der auch nicht immer weg. Ja, geil. Sonst glaube ich angegriffen werde und ich sehe, wo ein Bug oder wo. Ja. BAMS. So. 10. Was? Okay. So, habe ich irgendwann meine Verteidigung oder so erhöht? Ja, dafür müsst ihr nochmal ein paar Mal treffen, ey. Das ist halt leichter gesagt als getan. Okay, geil. Oh, also okay. X. X. BAMS. So, jetzt geht am Boden, damit ich dich angreifen kann. BAMS. So, richtig viel ausgeholt aus dem Bonus. Und wenn man manchmal ein bisschen vor wie Dark Souls, ey. Muss aufweichen, warten, bis der im richtigen Moment verwundbar ist und dann angreifen. Wenn du jederzeit fast sterben kannst. Nein. Nein. Ah. Boah. Wow. bekle ich, dann ob ich das ja voll frisch aufoseω brauche kann. Kaffee, Kaffee! Haha. Ho. So, hochdamit. Gef стран mich, wenn ich meine Kamuitt höhere würde, ob sich dann auch mein Kamuitt auffüllen. stimmt, ne? So, ich hab den mal anvisiert, wenn den Angriff bringt nix. Flieg weg! BAM! Ist gut. Komischerweise. Nein, ich wusste es. Ja, langsam weiß ich, wie du funktionierst. Nach falschen Richtung, was du da? Ah! Na, jetzt hat er seinen Kamuja. Und meins war fast voll. Na, wenigstens ist das einfach. Aber schon, wenn ich dann einmal vermasselt bin ich tot, ne? BAM! Tschüss. Das Volk ist ja immer direkt verwundbar, wenn er wieder in die Level reinkommt, sag ich mal. Au. Au, verdammt. Ich hätte weiter angreifen können. Ja, für ihn. So ein geiles Schwert haben. Bestimmt kriege ich irgendwie das Schwert, wenn ich... Dem Sieg da ist bestimmt ein... Es ist bestimmt der Kampf, wo ich das letzte Schwert bekomme. Nein, da ist mir zu riskant. Ähm, wenn wir schon mal hier drin sind... So, was nehmen wir ihn ja noch? Geht hier... Nein... Nein... Wer war? So... jetzt aber... Was? Hast du mich denn genau beim Kämpfen beobachtet? Ich glaub nicht Ich habe das Gefühl, dass du mit mir verletzt hast, dass du dich an meinen Geist Ich habe das Gefühl, dass du das nicht mehr verletzt hast Ich habe nur eine ... die Kraft, die ich欲 für dich tun sie alle jetzt habe ich auch noch traurige musikereiten an und ich bin beinahe tot danke so angst gehabt warten war ich weiß nicht wer weiß was noch für kämpfe kommen aber bevor ich jetzt mal irgendwann mache kommt jetzt sehr erinnert vernünftig erst mal voll die musik verspringen schön eine musik einfach weg machen nein ist gut ja was hätte ich dann gemacht nein 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 da ist jetzt nicht wahr sagt gesicht geht mir so offen nerven ja würde ich sagen da machen wir in der nächsten folge noch mal weiß was ich tue jetzt erst mal die ganzen sachen die ich schon mal sammeln kann einsammeln ich kann ja gut zurück oder ja okay dann gehe ich zurück und speichern mich den ganzen scheiß jetzt nicht immer wieder einsammeln muss und dann sehen wir uns noch mal hier so eine idee ja dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge let's play games auf der welt ich bedanke mich alle herzlich für zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge